10.3 Sachen zusammen Das sind Maigeri, Mawashigeri, Kyatsuki Da könnt ihr verschiedene Prüfungen sehen Hier muss man genau den Unterschied sehen Gerade der erste, der zweite Halbhund Und das dritte ist ein Kyatsuki, Kyai gut 左 Halbhundigama 1 1 2 Katsuki 3 1 2 3, Kyai Mawashigeri 1 2 3 1 2 3 1 Jame Okay Wenn eure Wohnung oder euer Zimmer zu klein ist könnt ihr einfach zweimal machen Oder einmal Merkst du hier auf den Krühegurt Wenn wir zu basen Eine Kombination Joni In der Hand ich aber nicht Kann bestellen Hier Die Pust ist da vorne Zeigt auf den Bauch Und die Pust zeigt auf den Kopf Der erste Schritt ist Tobi Komizuki Ein Schritt Schluck Und jetzt rocken Der zweite Schritt ist Mein geben Klicken Tobi Komizuki Abstellen Piaguzuki Da könnt ihr den Fersen an Lücken Pan So Es geht rein Das ist aber noch der Ich zeige euch nochmal Isch Nii Sam Ic Nii Sam Ic Sorry Ich Nei Sam Jetzt So Ich zeige euch Es gibt drei verschiedene Anbärtechniken Es sind drei verschiedene Anbärtechniken Es ist relativ schwierig, aber ich zeige euch so ganz gut So, wir gehen mal mit dem ersten. Erstens ist, ich, vor, Chodanukke, Tsenkutsu Dachi. Zweites ist, Kedanwara, Shikodachi, ich, Shikodachi. Und der dritte ist, Maschumonokosu Dachi, Sotuket. Zeig es dir mal. Und der dritte ist, Kedanwara, Shikodachi, Tsenkutsu Dachi, Sotuket, Tsenkutsu Dachi. Und der dritte ist, Sotuket, Tsenkutsu Dachi. 1 1 2 3 1 2 3 Malatete 1 Dritte 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 Sotuket 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 3 5